Welches Spiel? Vor allem Schrott Finde ich auch toll Hallo EVE, ich gebe einen Tipp Die haben gesagt, dass man doch heutzutage doch Handys hat Warum bin ich jetzt eigentlich zu Ihnen hingegangen? Ich wollte eigentlich aufleben Ihr habt Phones? Ihr habt Phones, oder? So eine schöne Firma Finde man sich überhaupt nicht verarscht oder so Ach Sie haben festgestellt? Nein, ja Oh Mann, ey Das ist super Ja, aber bei der minimalen Akkuleistung Dass ich dann wahrscheinlich eine Stunde Diablo am Handy spiele Und dann der Akku einfach aus ist Ähm, nee, danke Das ist Oh, ich dachte mir gerade so What the fuck ist das für ein NPC? Aber das ist einfach nur der Geist von einem anderen Spiel Ich bin... Ach, Gott, ey Ich erschrecke mich eh von jedem Scheiß Ich habe mich ja schon erschrocken Als ich beim Monster Hunter eine Mission abgeschlossen habe Also mich überrascht gar nichts mehr Was mich wundert, müsste das Schwert nicht eigentlich komplett scheiße sein? Weil das hat ja solche komischen Schramm drinne Ach Egal Das wichtigste für mich ist erstmal meine TP ein bisschen hoch zu boosten Und dann meine Ausdauer Wir sind jetzt bei 18 Vitalität Dann würde ich sagen machen wir Konditionen dann auch auf 20 hoch Und Ballastbarkeit noch auf 20 Und dann sind wir erstmal good to go Dann können wir erstmal Beweglichkeit und Angriff hoch pushen Achso, hier ist er Große Dude und so Ja Was war denn hier nochmal? Ach, hier war ja diese komische Ne, hier ist Fetty mit Fektfett Okay Jetzt mal 50 Siders machen Was war denn hier unten? Habgründiger Edelstein Ich habe mir zwar damals der älteste Kost für das Handy runtergeladen Als es bei der E3 oder wo auch immer gesagt wurde Dass es jetzt verfügbar ist Am Ende konnte ich genau eine Stunde spielen Und dann wollte das Handy an den Strom Das Habe ich nur an einer bestimmten Art von Handy spielen tatsächlich Hallo Schleim Seit wann ist hier ein Schleim? Das ist eigentlich die richtige Frage Seit wann ist da ein Schleim? Ich konnte eine halbe Stunde auf Switch-Fassung gespielt Und dann war es abgestürzt und nicht mehr gestartet Ja, Handys haben wir sowieso eine geringe Akkulaufzeit Gerade was so High-Quality-Shit angeht Das sollte ich eigentlich nicht machen Obwohl Wenn du tot bist, bist du tot Oh, das kann eine Weile dauern I don't care Wenn du mir weiter auf den Sack gehst, dann stirbst du Oh, er schlägt zweimal zu Machen wir was anderes Genau, schlag mir der aus Ich habe die Falsche Tast gedrückt Mach jetzt nicht das hier Mach jetzt nicht den hier Ich habe gedrückt Hallo Au Faust Ganz ehrlich, ich spiele nicht, umso wenigstens Ich fahre selbst zur Arbeit Werde abgelenkt auf Arbeit Und ein paar Pausen sind schon immer zu kurz Hat er mich gerade durch die Wand geschlagen Cool Aua Also ich bin ehrlich Im Real Life wäre ich da tot Ah ja, also ich bin tot Ich meine, wenn du ein gutes Spiel haben möchtest, dann spiel einfach Nino Kuni Spiel das Nino Kuni in MMO Du machst Das macht eh alles von selbst Du brauchst gar nichts machen Es ist eigentlich irgendwie Es ist irgendwie traurig Irgendwie ist es das Das ist genauso wie, ich glaube Mädchen 2 war das Mädchen 2, das machst du auch Es ist das selber Eigentlich Mädchen 2 spielt sich auch von alleine Das ist Ich weiß nicht Wer auf die Idee kam Ich weiß nicht, Candy Crush Das kann ich nicht mehr Wegen gehörten Candy Crush Hab erst Mädchen 2 gehört Ja Spielst du kein Mädchen 2 Nein 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 Tschüssi Kowski Tschüssi Kowski Ja Nee Ja Es gehört King Aber King gehört zu einer anderen Firma dazu Die wurden hier aufgekauft Aber ich hab vergessen zu wem Das meine ich damit Ich hab vergessen meine Sehnen zu sammeln Super Ach die gehörten Die gehörten zu blitzert Echt? Oh mein Ja Gut Das ist so Schön Schön dass sie zu blizzard gehören Super Aua Mensch Nicht so aggressiv hier Sag ja Nicht so aggressiv hier bitte Aua Wann ist die Akku drauf Ich hab schon wieder X gedrückt By the way Nur zur Info Ich lerne das heute Ich lerne das nicht mehr Warum sind meine Sehnen da hinten? Let's go Aua Nun Ich geh denn jetzt trotzdem ins Pästig Aber wird die Ja dann gute Nacht tief Schlaf gut Ich werde Auch nur bis 1 Uhr machen Oder so Wenn ich sehe Dass der Timer 2 Stunden hat Dann werde ich wahrscheinlich Fire Up machen Ja dann habe ich erstmal wieder So gut 4 Folgen Oder so Dark Souls Dunkle Sülze Wie Oh ne Aua Oh Brrrr Noch lebig Mir geht's gut War hier unten irgendwas Hier war ne Mimik Ja Das war hier unten Ne Mimik war hier unten Ups Gut Ja moin What the What the fuck Ja natürlich Dropst du mir deinen scheiß Kopf Willst du mich verarschen? Ja Ich Ich nehme die Einprozentige Drop Chance Ist ok Spiel Keine Sorge Alright Natürlich Was auch sonst Das wäre ja kein Logo Gameplay Wenn ich irgendwie So was passieren würde Ich hasse die Sache By the way Du hast da definitiv Nicht hingeschlagen Aua Jetzt hat er sich auch noch Ai 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 Ja Genau das macht ich liebe dieser coin die machen absolut keinen sinn jetzt habe ich ein problem ich habe keine ist es mehr aber ich glaube hier in der nähe war ein shortcut nachdem ich mich hier irgendwo durchgeschlängelt habe ich glaube der nächste shortcut ist da hinten ich renne da mal schnell durch oder gab es noch hier ein irgendwo gar nicht sicher war hier noch einer nein ihr habt mich nicht gesehen nein hier ging es noch um so cool das sieht nach schrottkarte aus ein bisschen richtigen weg finden ich glaube hier lang ja ja perfekt gestern der website gesehen dass das wenn man als max wenn man alles max dass man im allerbesten fall kosten muss jetzt eine betretzung 0,07 2 prozent bekommen kann wow cool ich glaube hier geht es zu den ringen 0,07 2 prozent jahre der mimik hat ist eigentlich ziemlich selten den kann man leichter bekommen indem man die mit einschläft und dann hat dann hat sie eine höhere drop chance soweit ich mich erinnere aber so normal job die hat die ich kann schnell ich könnte gleich schnell nachschauen wenn ich bin mit dem stream fertig sind kann ich gleich nachschauen aber soweit ich mich erinnere dass ihre doch schon ist echt nicht hoch so okay da gibt es diese stelle tot wie wäre es mit einem heimkehr knochen aber ganz schnell nachschauen aber der mimik hätte hatte so einen komischen also eine richtig geringe drop chance stand hier auch da wie wer war das da steht 2 prozent oder maybe less es ist ziemlich ist ziemlich selten so sagen wir es noch also es geht halt einfacher wenn man es gibt was was man benutzen kann ich muss gucken ob ich das habe ich glaube das war bedingt die erste ich glaube das hier war das es geht um die um die um die um die chance so wir geben es um die prozent zahlen man kann ja auch ausrechnen wie hoch meine chance war diese die alle drei forsters von republikan wo ich die alle auf einmal gezogen habe war ja auch ziemlich lucky und so reisen erst mal jeden anquatschen stellen wir das kauf vor so wird sich das im we live machen erst mal so jeden anreden den ich im we live sehe hallo das ist halt jetzt wirklich die ich habe wirklich jeden angequatscht wo ich eigentlich bloß aufleben wollte ja nicht mann ich muss gucken was ich nach tag zu zwei spiele ich habe noch keine ahnung ich habe schon wieder ex oh mein gott wieder ex gedrückt zum sprinten es ging schluck auf nice ja ein und herr leid schlafen auf oh darf ich das mal einsammeln danke die frage ist eher wann dein pc kommt ich brauche einen kopf hat man da nicht nicht zu nacht schlafen zeit manchmal zeit ja also wie gesagt ich wollte in der bestellen dann habt ihr die internetseite ist trotzdem als sofort überweisung gemacht und jetzt bin ich am überlegen ob ich bin ich einfach diesen den oben pc hole den hier in unserem in den mediamarkt gibt aber dafür müsste ich zwei monate noch sparen ich wünsche den pc jetzt bestellen würde der auch erst ende des monats ankommen ja das wollte ich ja ich habe auch den haken ausgewählt für paypal ratenzahlung aber ich wurde trotzdem zur sofortzahlung hingeswitcht hat sehr viel spaß gemacht ich habe sogar den paypal support angerufen es war sehr schön während meine maschmaschine im schleudergang war hat sehr viel spaß gemacht es war so ein scheißtag einmal mit profis wo kommst du hier äh kamera äh what the fuck oh gott hä äh äh äh